Beziehungssorgen, Bauer-Geralt und Anna kämpfen immer noch Bewährungsprobe für ihre Liebe. Bauer-Geralt und seine Anna fanden im vergangenen Jahr das große Liebesglück dank Bauer-Sucht-Frau. Am Ende der TV-Kuppelshofer lobten sich der Farmer aus Namibia und die polnischstämmige Blondine sogar. Bevor die beiden sich im Sommer das Ja-Wort geben können, müssen sie aber noch private Hürden meistern, Anna und ihr Liebster durchleben gerade besonders harte Zeiten. Hand in Hand laufen die beiden auf einen Sonnenuntergang zu. Zu diesem malerischen Instagram-Motiv schreibt die 27-Jährige allerdings eine besorgniserregende Botschaft. Es sind leider in der letzten Zeit einige unschöne Sachen passiert, wir sind aber nach wie vor zusammen und wir lieben uns. Darüber was genau passiert ist, werden wir bald sprechen, aber zurzeit sind wir noch nicht so weit, wendet sich Anna an die Fans, die sofort ihren Support für das Power-Paar aussprechen. Zuvor hatte die erfolgreiche TV-Liebessucherin einige nachdenkliche Worte auf ihrem Akku und geteilt. Das Posting habe sie verfasst, um sich und ihrem Schatz Kraft auf dem gemeinsamen Weg zu geben. Keinesfalls habe Anna ihre Follower ärgern oder für große Spannung wollen, schrieb sie in ihrem Nachtrag. Immerhin hatten unbedacht traurig wirkende Beiträge schon vor einigen Wochen für Furore gesorgt und sogar Trennungsspekulationen hervorgerufen, die das Paar schnell dementiert hatte, nach wie vor wollen die beiden bald heiraten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017